hallo und herzlich willkommen zu einer neuen episode hier von der witcher 3 und alles gute haben wir hier ein bisschen rüber rutschen rutschen denn naja beleuchtung ist ja nicht immer das beste ja und ich brauche immer irgendwie noch hier wie wir in der letzten episode gemerkt haben wir sind scheiße gerüstet ausgerüstet hier den können wir nicht waffen spielt hier aus waffen herrscht mit dem weg aber nicht eben das ist ja unser herr der elemente noch retten müssen und ich denke wir machen doch wir müssen zwar irgendwie uns verbessern ich weiß nicht sollen wir jetzt kurz an einen anderen ort reisen also zum beispiel wo gibt es den nächsten rüstungswerk schmiede hier hinten war nicht oder bin ich ganz doch mal her plötzlich verbruchen sie ich bin gelaufen habe mich um meine eigenen sachen gekümmert ich frage mich mal was da oben los ist wir können da ich kann hier nichts tun ich frage mich was da oben ist das sind ja noch nie gewesen nehmen ja dem quest mag ist zu sagen wieder überhaupt hin können ist die frage kommen wir dahin da musst du der adel geborgen sein da kommen wir offenbar wirklich hoch hoch in die lust grotte wir nehmen sie mal lust grotte hier die ganze sache kommen wir schon irgendwie hin aber weiter alles mal absteigen wir kommen ja zu fuß schneller voran jetzt ist ein leichtfüßiger wir können hier sogar durch novigrad st george brücke wir waren wirklich noch nie wir waren wirklich noch nie ist hier so endstadiums Lucy äh ich suche nur jemand ich suche nur jemanden hallo wache haben wir hier irgendjemand den uns helfen kann in der dunklen nacht deinesgleichen sollte in novigrad nichts zu melden haben also wieso denn ich weiß ja nicht einmal was das zu melden hat ja da reist schneller als bei mir hm wo sind wir hier geh davon aus dass ab sofort jeder schritt von dir beobachtet wird sind hier einfach überall nur wohngebiete hier oben kann das wirklich sein kann sehr gut sein ich frage mich aber wieso hier es eine burg gibt mit einer wehrmauer dran ist hier was besonderes hm hm da kommen wir hier noch immer durch ach wie nach oben was ist denn hier ach na sieh mal einer an in einer Art äh kammer wir kommen nicht mehr äh ich möchte hier kurz an und eine jägerhose diese Endstation hä genau hallo Geralt guten Tag Endstation für Mr. Geralt ist irgendwie die so eine Art hier oben waren wir hier nicht schon ich hab keine Ahnung auf jeden Fall hier ist wahrscheinlich das Zentrum und naja schule Mauer hier irgendwie so ein Andenken oder so wenn man hier mal kurz halt mal schauen könnte äh aber so wirklich äh Sinn macht das hier nicht ist ja nur irgendwie komische Sache hä was ist hier los ach Absturz na gut haben wir Absturz erlebt also haben wir ein bisschen erkundet gefällt mir sehr gut irgendwie weiter machen ich wollte ja eigentlich theoretisch gesehen ich wollte ja theoretisch gesehen ähm ein Schmied finden da wir irgendwie mal ein bisschen wieder uns auffrischen sollen und da gehen wir jetzt wie angesprochen zur 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 hier hin und und dann kurz nach unten dann haben wir den unseren Panzer unsere Brustung unsere Brustung wieder besser geschmiedet so runter 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 da können wir nicht da sind wir noch äh zu beschissen aber hier durch wenn du jemanden nicht kennst oder wieder wiedererkennst sind im Charaktereintrag ah sie im Charaktereintrag im Kloster noch machen wir nie wir wissen ja alles oder? genau ähm ne gut jetzt sind wir hier wir müssen aber hier nach oben ja 70 Meter das sollten wir jetzt äh knacken schaffen wie auch immer hoffe die Damen und Herren sind noch zu Hause wenn es so dunkel ist miau okay wir warten demnach bis Mittag ist ja keiner weiß Haar hast du meine Waren schon gesehen? brauche ich nicht hab alles schon gestohlen war das das wo wir nicht wissen wie wir hochkommen oder was? oh meine Fresse was ist das hier? das ist nur eine Verbesserung oh man zum Glück das ist nur eine Verbesserung hier ähm oh nackter also fast nackter so hier ist irgendwo eine Rüstungsschmiede wirkliche Rüstungsschmiede nur eine Aufbereitungsstätte ja hab ich oh tut mir leid alles zu mir zu mir nö 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 zu mir gibt's nichts so hallo der Herr hallo noch einmal hast du einen interessanten Auftrag für mich? hm du hast Glück ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich wunderbar glaub mir du wirst zufrieden sein ähm Preis ist ja nichts leichte Ausrüstung ist ein Relikt und hat alles mehr als wir jetzt haben also dem her warum scheiß drauf kommt sogar nochmals an Fechtdier hier wird uns immer diverse Sachen stiefel oh plus Z1 minus 4 aufschlitzen hey was für eine resistenz ist eine ganz komische Sache hier Minus 1 Boah Was brauchen wir doch für Monsterfeder Handwerkszutat Amnethyst Dunkelstallbarren Woher kriegen wir denn das? Das könnte man natürlich sogar machen Was ist das? Monsterblut Und Amnethyst Ähm, oh Was war jetzt das? Was wir antragen Die zwei, hä? Demnach 205 Die zwei tragen waren Und das gibt alles Minus Außer das Aber wieso? Wegen den kritischen Treffern wahrscheinlich Äh, so Na gut Zerlegen Was ist das? Feuerharten Feuerharten Kleine Sache Daher weg mit dem Äh, stahlbaren Eisenherz Stahlbaren Dunkelstall Den brauchen wir Und was noch Zu dem, zu dem Ultra, Mega, Gigageil Kackerschwert Eine Karnevalhose Super Oberkörper nie Blutnacht nie Äh, das war's doch, oder? Eine scheiß Monsterfeder und Amnethyst Monsterfeder und Amnethyst Hm Für, um, für den Amnethyst Wie viel braucht man denn hier? Wir haben ja hier Er hätten das so nicht herstellen können Mann, bin ich doof Äh Amnethysti Mutzdi Hä? Wart mal kurz Äh, wie ist denn der aus? Ist das, ist, ist, ist Amnethyst Ist das irgendwie so ein So ein Dingens Oder, oder wie? Ähm Mit dem Handelsfenster angezeigt? Na gut Aber die Monsterfeder Die müssen wir irgendwo herkriegen Irgendwo Glieder Wir kriegen ja hier Seide, Seide Plapapapapa Notiz, Notiz Wir haben ja Notiz Wir brauchen nicht Notiz Ah Wo sollen wir dann Die Oh, Felsstück Schön Sehr schön Aber Wir brauchen ja das Amnethystengedönse Rubinstaub Rubinstaub Ringer von einem Ähm, ähm Okay, hier ist nie mit Gekerbtes Draconienleder Meine Güte Was hier alles nicht zu verkaufen gibt Hier hätte das Holz Hätten war Silber Erz Bar Stahl Zwirn Ist ja alles nix hier Zutaten fehlen Na das Weiß ich eigentlich Generell Plus 84 Aber dieses Scheiß Ah Draconleder Das kriegen wir nicht hin Ja Dunkelstadt Das kriegen wir vielleicht hin Aber der Rest Ist eher so Mumpitz hier Okay Amnethysti Ähm Aufgewertet haben wir noch schon Oder Bis dann Nicht Hallo noch einmal Lass mal sehen was du anzubieten hast Alles Ich will alles reparieren So rum Meine Güte So Bis dann Gut Jetzt ist die Frage Haben wir hier auch so einen Amnethistenkerl Der uns einen Amnethisten machen könnte So ein Zauberer oder so Oder Magier Irgendwas in der Art Ich möchte mal wirklich so ein geiles Ding haben Auch Auch die Dingens Ähm Pass doch auf Wir haben zwar noch nie was Wirklich Ähm Gemacht Aber es wäre geil Wenn wir irgendeine Rüstungen auch mal Machen könnten Oder so Das ist zum Beispiel Ziemlich coole Gute Sache hier Ähm Wir sind natürlich Hier angekommen Ja Gefällt mir wirklich gut Muss ich wirklich sagen Es gibt nichts über was Besseres Oh Lassgen ist ja wirklich sehr Gibt es vielleicht hier einen Amnethisten Oder so Warum erst morgen kaufen Was du heute schon kaufen kannst Willkommen Willkommen Ja Zeig mir deine Waren hier Komm Was hast du denn da Ah Haha Schon besser Grünes Mutterkehl Natürlich Äh Wir haben hier Äh Mach mal kurz Das machen Alkohol Natürlich Bomben Quests Wie jetzt Tränkeöle Äh Ölchimistische Tutaten Natürlich Aber hier gibt es Auch nichts wirklich Bisseres Öl Was ist hier Äh Geisteröl Oha Nö Ähm Müssen wir Müssten wir theoretisch gesehen Langsamer wieder hier Entmisten das ganze Ding Aber der will ja nichts Oh Züge mir einen anderen Da rechts Äh Kriegen wir von dem Malz mal kurz Ist ja unser Zeug Ach Logischweise da drüben Äh Wo haben wir das Monsterfehler Hat er wahrscheinlich nicht dabei Nö Schade aber auch Wirklich schade Amethisten eher weniger Müssen wir zu einem Heilkunde oder so Bis dann Oder zu einem Generellen Händler Tut mir schrecklich Leid Sieh an Sieh Was kann ich Für dich tun Oh Achso Bis zum nächsten Mal Hier ist die Börse Und wo gibt es Händler und nicht Börsenmakler Oder wie Kaufmann Bieten die andere Sachen an Was hast du denn da Ja Die bieten alles andere Sachen an Hier Das ist ziemlich cool Aber Nicht das was ich eigentlich möchte Bis dann Müssen wir alle abklappern Oder was Dass wir die richtige Person gefunden haben Cool Ah Interesse an Büchern Zeig mir mal Wir müssen mal ein bisschen Wirklich nur Bücher Daher Ende aus Brose Sause Wir brauchen keine Bücher Oh Du bist oben mein Herr Stehst da oben Willst du Uns loben Ja Und meine Freunde Wir sehen uns Bis zur nächsten Episode Viel Spaß Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.